Die Straubing Tigers unter Druck, vor heimischem Publikum sollte das Playoff aus abgewendet werden gegen die Adler Mannheim, nachdem man die ersten zwei Spiele so knapp verloren hatte, galt es nun also das bessere Ende für sich zu finden. Anton Pokel und Bilstour, die beiden Trainer, hatten ihre Mannschaft wieder auf ein enges, intensives Spiel vorbereitet und genauso entwickelte es sich dann auch in den ersten 20 Minuten von Beginn eben viel Tempo, viel Härte, aber auch wieder einige gute Möglichkeiten. Die erste für Straubing, Kyle Mollerad vor dem Tor, plötzlich frei, bringt den Puck aber nicht richtig unter Kontrolle und somit auch nicht an Felix Brückmann vorbei. Auf der anderen Seite Mannheim, auch immer mal wieder gefährlich, vor allen Dingen dann, wenn der Topscorer dieser Serie auf dem Eis stand. Jordan Swartz hier mit der ersten Großchance für die Adler, fantastisch pariert von Parks, der hier gegen den Rebound mit dem linken Schoner noch erfolgreich pariert. Immer mal wieder auch Nicklichkeiten, Keilereien, Raufereien, alles was dazu gehört zu einer intensiven Playoff-Serie. Keine Tore in den ersten 20 Minuten, aber das änderte sich dann schlagartig zu Beginn des zweiten Drittels. Frühes Powerplay für die Straubing Tigers, Taylor Lear fährt zum Tor, zieht einfach mal ab und hat dann das berüchtigte Scheibenglück. 1 zu 0 für die Straubing Tigers durch den Ex-Mannheimer, der hier an der Bande an den Puck kommt, in die Mitte fährt und anschließend wird der Puck gleich doppelt abgefälscht. Erst von Holzer und dann von Lechtivori und Brückmann kann nur noch hinterherschauen. 1 zu 0 für die Straubing Tigers und die transportierten den Schwung. Nur 45 Sekunden später, Eckissen steckt durch auf Connelly, eins weiter zu Mollerad, 2 zu 0 Straubing. Mannheim mit einem schlechten Wechsel, das erkennen die Tigers, spielen sehr schnell nach vorn und haben dann plötzlich auch mal etwas mehr Platz im gegnerischen Drittel und nutzen das sofort aus. Tolle Kombination für Mollerad, der sein zweites Tor dieser Serie erzielt. Und Mannheim so ein bisschen neben der Spur in diesen Minuten. Das nächste Powerplay für die Tigers, nur wenig später und Jason Ackerson zimmert den Puck ins Tor. 3 zu 0, keine drei Minuten gespielt im Mittelabschnitt. Auch der Topscorer, der Hauptrunde, nur mit seinem ersten Treffer in den Playoffs kompromisslos abgezogen. Das Ding schlägt im Winkel ein, auch weil Mollerad da Brückmann im entscheidenden Moment noch ein bisschen die Sicht hat. Mannheim schüttelte sich und fand wieder mehr Struktur ins eigene Spiel und auch ein Weg offensiv erfolgreich zu sein. Swartz bedient Rendulic, der vollkommen frei vor dem Tor in der 27. Minute mit dem 1 zu 3. Auch hier schnell hinten rausgespielt über Akta und dann durchsetzungsstark an der Bande. Jordan Swartz und Rendulic in der Mitte vollkommen blank. Tyler Parks hatte zuvor seinen Schläger verloren, vielleicht etwas irritiert, aber gegen diesen Schuss aus kurzer Distanz war er dann absolut machtlos. Es war erstaunlich warm in der Halle am Pulverturm in Straubing. Neblig auf dem Eis und beschlagene Scheiben. Das Spiel konnte aber fortgesetzt werden und so ging es dann auch im letzten Drittel. Ein bisschen hin und her, Mannheim versuchte nochmal was, die beste Chance durch Plachter. Aber der Schläger von Parks lenkt den Pup noch an den Querballen. Insgesamt zu wenig Hochkaräter im letzten Drittel für Mannheim, um nochmal ranzuschnuppern in dieser Partie. Und so waren es die Straubing Tigers, die das letzte Tor erzielten. Ein Entinetter von Mike Connolly. Gut anderthalb Minuten vor Schluss. Das besorgt hier das 4 zu 1 und damit dann auch den Endstand in einem mal wieder intensiven, temporeichen, hart geführten Spiel. Setzen sich also in Spiel 3 diesmal die Straubing Tigers durch und erzielen ein viertes Spiel. Es wird um jeden Zentimeter gekämpft. Wir spielen unser Eishockey. Beide Spiele, das erste und zwei, könnten beide Richtungen gehen. Heute Abend haben wir mehr Scheiben zum Tor. Wir sind hingegangen, wo es weh tut. Powerplay hat dementsprechend zugetroffen. Es ist ein Schritt, ein wichtiger Schritt. Jetzt geht es los wieder in zwei Tagen. Absoluter Knackpunkt. Zu viele Strafen. Wir wissen, dass Straubing ein sehr gutes Powerplay hat. Und heute hat es gescheppert im Powerplay. Und deshalb müssen wir von der Strafbahn bleiben. Gerade hier in Straubing haben wir im Rückstand zu geraten. Es ist natürlich unheimlich schwer, vor der Kulisse zurückzukommen. Und das müssen wir nächstes Spiel besser machen. Zweiter Matchball für Mannheim dann am Samstagabend. Wieder vor heimischem Publikum. Die Straubing Tigers verlängern ihre Saison auch dank einer starken Goalie-Performance von Tyler Pax. Alle Spiele live, nur beim Agenta Sport.